So, einige Zuschauer wollten gerne nochmal ein paar Bilder aus Aachen-Adelbertsstraße. Hier, die Straße gehe ich jetzt gar nicht runter, da ist ganz viel Leerstand. Und was wieder da ist, interessanterweise, war ganz weg aus Aachen. Dieser Laden, den kenne ich noch aus meiner Jugend, der war mal an einer anderen Stelle. Der war weg aus Aachen, aber jetzt ist er wieder da. Also, der war mal hier an dieser Stelle. Alte Aachener können sich daran noch erinnern. Das ist ein Laden, die haben alles und relativ preiswert. Ich hatte den ja während meiner Reise in Berlin, hatte ich den ja in Berlin nochmal gesehen. Und jetzt ist ein Aachen auch wieder da. Und hier, hier war mal eine Apotheke, ist jetzt zu vermieten. Und hier kommt scheinbar, oder war geplant und kommt jetzt doch nicht, ein Frozen-Yoghurt. Und hier sehen wir, Lea, 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 hier auch da. Wie gesagt, die Zuschauer hatten darum gebeten und ihr Wunsch wird erfüllt. Und hier, ich weiß gar nicht, was hier mal war. Das ist leer, ein leeres Ladenlokal. Hier noch ein leeres Ladenlokal. Da sitzen übrigens überall Lettler, die möchte ich jetzt nicht filmen. Noch ein leeres Ladenlokal hier. Das ist schon ganz lange leer. Das war mal früher. Auch da können sich die Aachen auch noch dran erinnern. Das war mal Wehmeyer. Und danach, ich glaube, da war danach gar nichts mehr drin. Ja, das ist so die Adelbertstraße. War mal auch hier auch noch ein neues. Das sehe ich auch zum ersten Mal, dass das leer ist. Und da ist Lea, Vicky, oder was das ist. Ach, das war mal ein Vodafone-Shop scheinbar. Und ja, so sieht es hier aus. So sieht es hier aus. Also, nicht wirklich eine sehr einladende Einkaufsstraße. Aber ich will ja nicht negativ sein. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, Vorschläge für die Stadt, ein bisschen Musik, ein paar Blumen, vielleicht ab und zu mal so eine Aktion, ein Frühling, vielleicht eine Modenschau oder sonst was. Man kann ja alles Mögliche machen, damit die Leute nicht im Internet einkaufen. Ja, also damit vielleicht doch der eine oder andere sagt, ach komm, hier, so sind die Türen da aus. Ist auch egal. Und hier sind wir dann am Ende der Adelbertstraße angelangt und kommen jetzt mal hier rumgehen in Richtung Damengrab. Und hier haben wir dann. All das ist ja so. Und hier sind die Samen.